Der hat jetzt irgendwo in den Schlüssel gedroppt. Das weiß ich. Videofilmrolle, okay. Da! Nice. Rostiger Schlüssel. Oh ja! Sehr schön. Moment. Der ist doch für die Zelle, oder? Weil gerade irgendwas von einem schmutzigen Lagerraum stand. Ich darf die ganzen Wege zurücklaufen. Und zusätzlich glaube ich, dass da im Haus noch irgendwer ist. Oh ja, oh ja, oh ja. Da geht's raus. Oder? Ja, doch. Oh come on! Okay, danke. Das... Wir hauen einfach ab. Wir hauen einfach ab. Da lang, oder? Ja, da lang. Ich habe keine Lust auf Geistermädchen. Oder Geisterfrauen. Oder allgemein Geister. Ja. Hm. Es ging... Moment. das ging nach hinten ok da lang ich will auch gar nicht wissen warum die darüber gelaufen was geht ab da ist sie und wir speichern zusätzlich gleich mal später links tagebuch nummer vier nichts die konzern allein weglaufen ja was mit was ist mit die geschehen was mit insiko o gott was mit insuki geschehen ist ist unsere schuld wir hatten versprochen immer zusammen zu sein sei ach du kacke jetzt passiert genau das was in den büchern steht kommt zurück schnell kommt zurück lass mich nicht alleine es ist dunkel hier will nicht ich hasse es ja 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 okay wir sind dann wohl ja und sie ist sei da werden wir auch noch reinkommen da bin ich mir sicher erst mal zurück zu mario bevor die anfängt striche in die wand zerritzen wie lange sie schon ohne uns da drin ist oder bevor sie einfach von irgendwer mitgenommen wird der nicht wie es ist ach du scheiße was und wo okay das war eine kurze komische sequenz okay whatever die läuft aber auch so langsam mir was denn los es geht um verdammtes leben ja mario ja die allein gelassen werden was machst du hier du läufst als ob es um nichts gehen würde ich meine du joggst ja ich weiß wenn du mal rennen würdest okay die geist wird jetzt wieder elegant gesagt ich hatte fuck ab und da bist du doch bitte in die wir einfach ignorieren und vorbeilaufen warum warum wir die treibende frau zweimal erledigen müssen verstehe ich immer noch nicht oder ob wir die jedes mal erledigen müssen wenn wir über die brücke laufen abweg moment sehen wir das letzte mal über die tür oder gibt es noch eine andere tür ich kann hier speichern warum nicht den habe ich eh noch nicht benutzt den speicherpunkt den habe ich noch nie benutzt glaube ich okay es gibt es gibt da tatsächlich den weg nice tatsächlich ich habe gar keine lust zu mir zu mir zurück zu gehen oh gott oh gott oh gott nope 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 was oh come on wie viel sind das ich kann ja nicht mehr genau schauen okay what the fuck warum wie ich kein bock habe gegen die jetzt zu kämpfen ah ist das übe wo seid ihr denn wo seid ihr denn wo seid ihr denn ach da ACHTA 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 big ich sehe gar nichts ja voll gut ACHTA ik Verdammt! Okay. Weiswasser. Ich will fucking gehen! Ich sehe ja nicht mal die kacken Geister. Na, okay, ist gut. Jawoll, voller Licht. Holy fuck. Holy shit! Okay, okay, okay. Ich bewege mich schon. Ich bin wirklich so verrückter. Warum passiert das Licht? Okay, wir haben sie gleich. Oh Gott, warum bist du auf einmal so schnell? Ach Mist. Na geil. Out, 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 out. So ruhig. Wir sind beide noch da. Jawoll. Was? Wo war das Licht getroffen? Erwischt. Nummer eins. Moment. Habe ich beide erwischt? Holy cow! Holy cow! Cows everywhere! Warum? Weiß ich auch nicht. So. Okay. Okay. Ja. Laufen wir erstmal gegen den Baumstamm. Oder einfach gegen den... Froschsten. Weil ich bin mir sicher, dass da drin keine Bäume wechseln. Wechseln, ja. Die wechseln. Genau, die wachsen. Die wechseln. Ohhhh, Mayu. Ich freu mich auch dich wieder zu sehen. Ja, ey. Du hast endlich gekommen. Pfff. Ohhhh, Mayu. Erschränk mich einfach nicht, ja? Oh fuck, die Tür ist offen. Die Tür war fest verschlossen, doch jetzt ist sie offen. Mayu? Aber ich hatte ja doch versprochen, gleich wieder zu kommen. Diesen rostigen Schüssel habe ich also am Ende gar nicht gebraucht. Ja. Da haben wir uns mit ziemlich vielen Geißen angelegt. Wir hätten... Obwohl... Eigentlich haben wir uns... Egal. So, wo bist du bitte hin? Es ist etwas in die Wand geritzt. Oh! Sie hat wirklich die Tage, die wir nicht da waren, in die Wand geritzt. Flieh und verl... Was? Flieh! Und verlässt du mich wieder? Stehen hier... Achso. Ich frage mich, für wen diese Nachrichten sind. Ja, für wen wohl? Für den Geist, der gerade da weggeflogen ist. So. Meister Tietz. Ach du Scheiße. Es tut mir so leid, Itsuki. Ich muss dich finden. Mich entschuldigen. Bei dir und... Cheatoso. Äh... Cheatose. Che... Cheatose? Äh... Hab ich irgendwie eine Laktose? Junge mit weißen Haaren. Äh... Okay. Da muss ich jetzt zugeben. Ah. Jetzt, die zwei von euch müssen weggehen. Ich bin nicht weggeflogen. Ich bin nicht weggeflogen. Ich bin nicht weggeflogen. Ich bin nicht weggeflogen. Jaya wird zurückgeflogen. Ich weiß, sie wird. Es ist sie. Ich bin so stolz. Weil wir jetzt die ganzen Wege bis zu der Lagerhalle da laufen müssen. Klasse. Okay. Ach, wir haben gerade ihre Sicht gesehen, wie sie gelaufen ist. Okay. Dann müssen wir also wieder raus. Aber Leute, ich werde hier erstmal einen Schritt machen. Und zwar genau da. Nicht. Verdammt. Äh. Da. Also Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal.